Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Sie sind wohl sehr ziemlich. Ringo, Volkstherriff, Umsteigzug U3, 46, 49, 48. Ja sicher, da ist nie ausgestorben. Logisch. Ja sicher, da ist nie ausgestorben. 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 Wo ist es? Aha. Jetzt ist erschienen der Obenzun. Freut sich mit ihm, der ist. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfall. Bitte halten Sie den Kühlbereich frei. Ja. Ah, es sind Menschenmassen unterwegs, ich berühre. Was ist das? Ja. Wollt es? Ja. O1, O2, 2a, 59a. Liebe Fahrgäste, die Linie 1, 40 Fliebergasse, umgereitet über Hauptbahnhof. Für viele entlang der Regener Hauptstraße weichen Sie auf die Linie D1 oder 59a aus. Jawohl. Ja. Vielen Dank. Für jetzt die Linie D1. ABeis wirtschaftliche Leibhaus, wo wir gerade Investitionen auf die Linie D1 oder 59a. Das ist das? Ja. Ich kann jetzt die Linie D1. Das ist das? Das ist das, ich weiß. 23. Und in der 5 kann die Leute direkt vor mir, mit dem Gesicht zerscheiben, es ist egal, es ist egal, es ist halt im Straßenbahnverkehr so im Straßenbahnverkehrsgefühl, im Straßenbahnverkehrsgefühl nicht so einfach, also im normalen Zugverkehr. Ja. 71, 4a. Einfach mal wieder später sagen, bitte. Was? Ja. Das ist irgendwie, ich muss später in Raubach sein. Ja, da ist nicht die Kölnsteilflugel. Ja. Ja, jetzt ist das auch drauf. Ja. Für die ganz feinen Leute. Ja. Ein Haufen Geld, was man im Leben nicht leisten könnte. Ja. 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 McDonalds nebenbei. Ja. Und Spa. Ja. In einem alten Gebäude im Erkestock. Ja. Kannst du dich nicht erinnern, wenn man im Opernring beim Dekaté oder beim Monopol gespürt hat, in der UNDED, dann hast du viele Einnahmen gekauft. Ja, es war ein Beispiel, immer da die ganz tiefe, gute Einnahmen. Ja, ja. Der hat immer dann viel erwirtschaften können, ja. Der Opernring, drei Straßen worden ist. Ich weiß nicht, was es noch war. Ach so. Wir haben auch eine luxuriöse Adresse. Ja, der Opernring. Luxusimmobilien. Ja, ja. Luxusimmobilien. In das Land waren drei Straßen. Ah, ja. Und da ist ein Uber. Ja, der ist drin gestoßen, glaube ich. In 3-3-Wort. Ich glaube, das ist ein Daxi, das man abschicken kann. Das Uber. Ja. Polnischer Reisertisch. Aha. Polnisches Kennzeichen. Ja. Aber in normaler Zukunft hat nicht richtig die Endkurven vor... Ja. Der Schwarzenbergplatz ist auch berühmt. Aha. Da ist auch schon so das Kind. Ah, ja. Ich würde dich einmal frühstücken. Ja. Bitte seien die achtsam. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Aber jetzt schaut sie klar, wie erschien die Sonne oben, die jetzt... Einmal wird sie hier gewechselt. Ja, ich habe auch immer durch. Ah, ja. Ich fühle dich jetzt wirklich wie erschien in der Sommer oben da. Ja. Wie heißt das? Die Straße? Wie ist es nicht? Ah, die Linie D und 1. Gushausstraße ist. Ja, ist gerade gestanden. Ja. Ja. Flösslgasse. Kammer für Arbeiter und Angestellte. Ja. Flösslgasse. Kammer für Arbeiter und Angestellte. Ayo die ACA. Mhm. Heute ist ein langer Wien-Tag, wir sind wieder angenehm mit dem Park. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist ein langer Wien-Tag, das ist ein langer Wien-Tag. Hier ist ein langer Wien-Tag, das ist ein langer Wien-Tag. Hier ist ein langer Wien-Tag. Hier ist ein langer Wien-Tag.